So, wir sind in der Basis angekommen. Ich habe schon einsortiert unser Inventar. Wir werden jetzt weiter auf die Reise gehen und auch mal Kupfer suchen. Ich glaube, da war noch immer keine Idee, wie man Kupfer und Blitze an einem Ton suchen würde. Ton zu finden. Ton gibt es ja meistens unter der Erde. Schaufel gibt es keine. Das heißt, für mich, einzige logische Lösung, es muss mit der Spitzhage gemacht werden. Da weiß ich halt auch noch nicht, wie. Ich würde mal da so entlang gehen. Die Straße und Ausschau halten. Und da. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich so ist. Was jetzt unter der Erde ist oder nicht, oder? Ob man das halt so finden kann. Guck mal, ich habe jetzt den Hammer mitgenommen. Wie effizient ich mit dem zuschlagen kann. Oh, das war mal sehr effektiv aus. Ich denke mal, Kupfer wird jetzt nicht so extrem... Ich sage, drohen wir jetzt nicht so extrem, Schwestern. Aber anscheinend auch nicht so einfach. Ich würde jetzt mal da so eine Runde um die Stadt gehen. Ein bisschen zu schauen, was es so gibt. Ich werde jetzt nicht so Take-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach-Ach. Wie viele Zombies ist der so nicht zu... Da gehen wir nicht dran, das wenn ein Wespen ist. Aber wenn ich ohne den Ton sind, wird aber aufgeschmissen. Was ist das? Was ist das? Ah, war fast hier. So. Okay, also Vorschuldkammer verliert im Gegensatz zum Gut, dann essen wir mal was Trinke nicht vergessen Ich habe da oben was Braunes entdeckt Wenn das jetzt wirklich Ton ist Ich glaube, das könnte es sein Okay, das kann man abbauen Das heißt das Oh, legendär Le-gen-der Das heißt wir können eigentlich Zurück hin Da sind so viele Okay Also wir haben ein Gebiet gefunden Das müssen wir bisher merken hier Das heißt wir können das eigentlich schon lernen Das war Metallurgie 1 Sehr schön Und dann mal gleich Nur was mit So, da möchte ich eigentlich noch schauen Lehm, Baum, Stamm und Stein Dann gehen wir nach Hause Das ist sehr, sehr nice Metallurgie Das ist wieder sicher Metallurgie, Metallurgie, Metallurgie Das muss eben ein eigener Ein eigener Punkt sein Aber das wollen wir jetzt hinkriegen Schön langsam Wird das hier was Das heißt wir bauen diesen Ofen mal Dann werde ich aber auch drinnen bauen Dann werde ich natürlich auch ein bisschen ausbauen Also Loot gibt es da drin viel Auch in der City Nehme mich an Weil das eine Gebäude war ziemlich gut bewacht Geht damit die Pfeile vielleicht auch einfacher Aber wie gesagt Ich würde mich jetzt einmal ein bisschen auf Space bauen Konzentrieren Ich wäre jetzt auch nicht weggegangen Hätte ich da nicht dieses Material unbedingt gebraucht Jetzt weiß ich ja Wo wir das erkriegen Ich glaube wir sind eben da neben dem Wasser Jetzt sehe ich das schon Jetzt sehe ich schon unsere Base Ja Jetzt Ich werde schon gerne einen Damm haben. Dann. Dann. So schon. Wir haben keine einfachen Teil mehr. Miene, Batterie brauchen wir nicht. Steinbauer ja nicht mehr. Wo ist denn? Wir haben zwei Blöcken. Wenn das Spiel das sagt, wird es so sein. Gut. Gut, Ducker. Dann würden wir dann wieder holzi holzi holz machen. Irgendwann holz. Irgendwann holz. Irgendwann holz. Oh. So. 15. M. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht aus. Stein. Hier ist mein Stein. Der kleine Stein. Der ist ja wieder da. Der ist so glücklich und klein. Mein Stein. Mein Stein. Heeeeyein. Heeeeeeyin... Verst du viel haben wir. . Das Cypher-System ist teils beim Bäumen, vor allem wirklich ne Katastrophe. Das will ich recht geben. So, dann bin ich da kurz spannend. So, dann bin ich da kurz. So, dann bin ich da kurz. So, das habe ich schon. Okay. Jetzt zurück zum Anfang. Verstehe, du kannst hier das Erd... Oh ja, Kupfererz wird dann... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Machen wir zum Beispiel Kohle, Holzkohle. Okay. 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 Ich verstehe. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wir brauchen aber jetzt eh eigentlich sonst nichts. Kann ich jetzt mit den leeren Flaschen zum Beispiel das Wasser dort entnehmen. Tatsächlich. Dann kann ich trinken. Dann kann ich das nochmal auffüllen. Okay. 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 Ich habe jetzt schon Technologie jetzt. Schauts da. Ah, bin ich noch nicht so auf Metall umgesiedelt. Karotten. Ich habe jetzt noch ein paar Tomaten hier mal. Ich habe jetzt noch ein paar Tomaten hier mal. Okay. Ich habe jetzt noch ein paar Tomaten hier mal. Ich habe jetzt noch ein paar Tomaten hier. Ich habe jetzt noch ein paar Tomaten hier. So, jetzt nehmen wir mal wieder was. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das dann an, wie es weitergeht.